So, jetzt mal ein kleiner Versuch, hier verschiedene Übergänge zu zeigen und alle Dinge zu zeigen, die eigentlich noch nicht ganz so funktionieren. Hier geht es jetzt erstmal um die Versuche, in den Split zu kommen. Ich setze mich seitlich, lege mich zurück, versuche in die Pocket zu kommen, ziehe erstmal ein Bein an, um zu merken, ob ich auf dem richtigen Punkt bin. Dann drehe ich mich mit dem Bauch etwas weiter rüber und versuche meinen Fuß zu erwischen und komme hier in einen halbwegs, ja halbwegs einen Split, der ganz okay ist. Mein Arm ist aber noch nicht ganz so richtig gestreckt, der ist jetzt hinter dem Hub und er sollte eigentlich vor dem Hub sein. Das Lösen ist relativ einfach, einfach wieder nach oben kommen, hochziehen und ein bisschen verwirrt gucken. Naja gut, damit tue ich mir zumindest nicht schwer. Versuchen wir das Ganze nochmal von unten über den Birdie Roll. So, wie kann ich mich sortieren? Okay, Bein rüber, wechseln, wie kriege ich das da rüber? Ja, machen wir einfach nochmal den Ball von vorhin, das funktioniert. Und wenn ich jetzt ein Bein vorziehe und das andere strecke, nee, schmarrn, war verkehrt. So kann das auch ausschauen. Danke fürs Zugucken. Da, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020